Nach sechs Jahren wird es wirklich wieder Zeit, dass Österreich wieder einmal einen Bundespräsidenten bekommt, der die Bezeichnung auch wirklich verdient. Walter Rosenkranz ist nicht nur von der Kompetenz her als Anwalt richtig, er ist ein Brückenbauer, er ist ein Verbinder und er ist jemand, der zu seinen Werten steht und diese freiheitlichen Werte sind an mir besonders wichtig und deswegen glaube ich, gehört er in die Hofburg. Die einzig richtige Wahl, deswegen, weil wir uns Österreich, nämlich die Souveränität und auch die Neutralität wieder zurückholen, das wünschen sich die Österreicher. Darum sollen sie in Walter Rosenkranz wählen und zur Wahl auch gehen. Wer nicht wählen geht, der wählt Van der Bellen, das muss einem jedem bewusst sein, aber einer vielleicht nur so auf die Nosen fährt von der Politik. Jetzt kann man etwas ändern und zwar maßgeblich kann man etwas ändern. Es wird sich vieles ändern, ich glaube, es ist ein ganz, ganz unterschiedlicher Zugang, ob ein Mensch, so wie der Walter Rosenkranz, für die kleinen Leute da ist, für diejenigen, die keine Lobby haben, wo keine große Interessensgemeinschaft dahinter steht, aber die sich durchs Leben schlagen müssen oder ob jemand da ist, dass er sich bei den Eliten irgendwo einrichtet, dass er selber Teil des Systems sein darf und sich dort drinnen wohlfühlt. Das ist ein ganz, ganz unterschiedlicher Zugang und der Walter Rosenkranz ist einer, der aus dem Volk kommt und für das Volk da ist und das wird ein ganz, ganz großer Unterschied sein. Das wird man, glaube ich, schon am ersten Tag merken. Mehr Bescheidenheit, mehr Demut, aber gleichzeitig auch eine Durchschlagskraft gegenüber der Regierung, wenn sie offenbar auch mag, läuft. Es fühlt sich immer gut an, wenn man mit Menschen zusammenkommt, so wie hier auf einem Volksfest, so in einem guten gefüllten Bierzelt, wo rot-weiß-rote Fahnen sind, wo ich lauter Patrioten sehe, das fühlt sich einfach gut an und ich muss auch sagen, genau für diese Menschen mache ich auch Wahlkampf, weil das sind die, die mir zu Herzen gehen und für die wir etwas leisten, weiterbringen. Die Menschen haben große Hoffnungen, die sind eh von der Politik schon oft nur enttäuscht worden und wenn ich ein kleiner Hoffnungsträger dabei bin, dann schmeiße ich mich mit vollem Karacho da hin. Kompromisslos für Österreich Am 9. Oktober Dr. Walter Rosenkranz WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR